ein Applaus bitte für meine Jury hier Je nach Applaus und wie gut ihr genau seid nachher werdet ihr dann gleich eine kleine Demo von ihm bekommen und dann werdet ihr sehen wer Wasser Funky hat ein paar Mal jetzt schon bei uns gewonnen er hat schon viele Ballas mitgemacht und somit hat er sich den Platz ergattert hier Jury zu sein und links von ihm ist dann Wavetag er ist letztes Jahr zweifacher Weltmeister geworden einmal in der Kategorie Popping und einmal in der Kategorie New Styler und jawohl, könnt ihr ruhig Applaus geben wenn ihr wollt und zu seinem linken direkt hier aus Frankfurt er hat auch das letzte Mal das Allstate Battle hier gewonnen und für die Insider die es wissen er hat sogar Funkin Styles auch gewonnen ein Applaus für Battaglia Alright, gut alle Starter okay macht mal hier durchgang frei bitte dass immer Leute rein rauskommen alle Allstyler ich habe sie euch vorhin genannt kommen bitte jetzt zu mir auf die Bühne da ich die Rangordnung hier habe kann ich leider nicht mehr die Namen sagen weil sonst wisst ihr wer euer Gegner ist okay, gut kommt ihr hoch? wenn keiner hochkommt bin ich gespannt holen wir uns paar Gäste hier Vorsicht bei der Treppe gut meine Uhr wird meine Stoppuhr sein und zwar Countdown wird dann hier gesehen und zwar Countdown wird dann hier gesehen so okay, Eddie du zeigst mir mit der Uhr ja dann Countdown kannst du es machen? okay okay, gut so das wird jetzt auch die Konstellation sein und die die ich erst nenne komme wieder auf diese Seite und zwar das ist Jamal Peter Pan Peace Soul Markus André Artix wird nachlassen schön dabei bleiben THI Ve Wie denke ich mal und Totti ok, alles dah und dann der Gjongnan ok, jeder weiß alle die ich zuerst erwähnt habe habe ich jemanden vergessen? eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht neun wo ist der Jeff? Okay, Jeff, bei dir. Okay, alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, passt. Gut. Es fängt an, Gemma vs. Typhoon. Ich brauche jetzt mal eine kurze Flasche. So wird es gemacht. Streetstyle. Und es gibt nur eine Runde, Jungs. Ja, da ist jetzt Qualification-Round. Und ihr wisst, 40 Sekunden haben wir ausgemacht. Und die Seite, wo anfängt, fangen auch alle an, okay? Alright. Eure Rechte, liebe Publikum und meine Linke fängt an. Dann DJ ist bereit. Alright, drop the beat. 40 Sekunden. Zeit läuft. Und hier ist die Hände. Komm schon! Das ist ein Tempo, Bro. Und hier ist die Hip-Hop. Die Hip-Hop. Und hier ist die Hip-Hop. Und hier ist die Hip-Hop. Und hier ist Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 3, 2, 1 Okay, ein Applaus wieder für die ersten zwei Pallern So, wie ihr gesehen habt, wir haben auch abgeklatscht Vorher und hinterher auch Es heißt zwar Battle, heißt aber nicht, dass man gegeneinander kämpft Im Sinne, wie auf der Straße mit Schlägerei und so Sondern wir haben hier Love, Peace and Harmony Natürlich, es ist einfach nur Tänzerisch Und hinterher gibt man sich gegenseitig auch die Hände Okay, gut Bevor ich meine Jury frage, möchte ich mal sehen, was ihr sagt Okay, ich zeige einfach die Seite und ihr macht einen Applaus, wenn ihr für diese Seite seid Okay, gut Euer Applaus bitte für Jemal Und ein Applaus für Taifun Alright, gut, dann schauen wir mal was die Jury sagt Jury 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 ARD Text im Auftrag von Funk